Oh. Clementine? Clem? Ne. Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? I'm the one who saved his ass back at the river. Who's the fossil? This is Vernon, he's a doctor. He helped me get back here after we got separated. I think you have something that belongs to me. Who's Clementine, man? Lee, thank God you're back. Christa, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. Now see what I can do. Take me to him. Wurde verdammt normales Clementine jetzt. Wurde verdammt normales Clementine jetzt. Wurde verdammt normales Clementine jetzt. Hush. Clementine. Clementine? Clementine? Hush. Hier oben waren wir ja auch noch nicht, ne? Stimmt. Clementine, wo bist du? Clementine, du bist hier? Hat sie aber schön gedraht. Clem, du bist hier drin? Clementine? Ich habe Zeit, später zu resten. Es sieht nicht so aus, dass sie hier drin ist. Clementine, du bist hier drin? Ich habe sie nicht gesehen. Clementine, du bist da drin? Shit, wo kann sie sein? Ich habe sie nicht gesehen. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug then? Möchte man mal jetzt schnell mal hier umgucken. Ich bin nicht interessiert. Ich will nur finden Clementine. Clementine? Ich will keine Signale von hier. Clem? Ich habe Zeit für das. Oh Gott, die Musik wird dramatisch oder kann die nicht? Clem? Clementine? Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. Okay, blödes Licht jetzt gerade. Die Sonne strahlt natürlich genau auf mich drauf, aber kann ich... Clementine! First good thing that's happened since... What the fuck were you thinking of letting Kenny get like this? Hey man, I tried, but he gave me a look like he was gonna rip my face off. He won't listen to you. You think he was gonna listen to me? To hell with you! To hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink? Do you think? Clementine! Where are you? Have either of you seen Clementine? Damn Defino. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic and things got kinda crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Ma'am, will you get off my back? She's fine out there. She better be your ass. Clementine? Clementine! Der muss beseitigt werden, der Typ. Er, das geht doch gar nicht. The door is covered in Vines. I don't think anyone came in there. Er... ...Dies, oder? Die, warte, Moment, Moment, Moment. In der Hundehütte, in der Hundehütte, in der Hundehütte, in der Hundehütte. Bitte nicht ohne Fuck 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 Du 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 Hey, girl. Come look. Look what I found. Ich weiß, nicht wahr? Okay. Ich glaube... Ich glaube... Es ist sehr, sehr gut. Ich habe eine Gänsehaut. 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 Das Boot hier ist eine Anwesprayung. Nur müssen wir ein bisschen weiter pushen. Bist du in oder aus? Wir müssen heute Abend gehen, unter dem Schmerz. Ich werde meine Leute wissen. Ich werde euch alle eine Chance vorbereiten. Ich werde zurück vor der Nacht. Be careful. Das ist so, dass ich noch alive bin. Das ist so, dass du da bist. Wie lange bist du da? Es wird gefährlich sein? Was wird gefährlich sein? Was wird gefährlich sein? Crawford. Nein, keine Angst. Wir haben ein guter Plan und gute Leute. Wir werden in und aus, bevor sie noch wissen, dass wir da sind. Du glaubst mir, nicht wahr? Ja. Das ist meine Frau. Ich denke, dass ich bereit bin. Oh, was jetzt? Du sagst, dass wir uns alle tun haben. Und du sagst, dass ich eine große Hilfe bin. Schmerzt du? Molly sagte, dass Crawford das einzige Ort in Savannah ist, die immer noch Menschen hat. Das bedeutet, dass es wo meine Mutter und Vater sind. Du sagst, dass Sie hier mit Ohrid sind. Oder du sagst? Du sagst, dass es zu sein ist. Wenn er nicht besser wird... Und du sagst, er könnte mir versuchen, zu schralken. Jetzt kommt, jetzt kommt. Ich komme mit. Okay, du kannst du kommen, aber du musst, um zu bleiben, um zu bleiben, und zu machen genau das, was du gesagt hast, während wir da sind. Okay, ich werde dich bereit sein. Okay. Okay. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people, even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Help us how? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl's not just excess baggage. She's gotten us out of a tight spot more than once. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Sehr nett von dir. So, wie viel sind wir jetzt? Zwei, vier, sechs, acht... Keine Ahnung. Zehn? Oh man. Zehn Leute. Könnte sicher sein, aber gleichzeitig auch. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need, and we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close... And that part about staying close... It goes...